Oh, was ist das denn? Ein Video zu Frontend von Morpheus? Tja, stellt euch vor, ich bin zwar, was Design angeht, nicht gerade der Beste, aber das musste ich zum Glück als Entwickler auch nie sein. Wenn es um Frontend geht, dann lasse ich mir gerne von einem Designer sagen, wie es denn sein soll und implementiere den ganzen Spaß dann. Das kann ich ziemlich gut, weswegen ihr auch hier einige Videos zum Thema Frontend Development findet, aber eher weniger zu designen. Aber trotzdem, was genau sollte man denn da kennen? Welche Frameworks werden gerade immer wichtiger? Darum geht's heute. Bevor wir starten, heute aber eine kurze Änderung. Das Video ist unterstützt von Tutanota. Ihr wundert euch, tja, Tutanota bietet euch hier in Deutschland einen einfachen, hübschen und sehr sicheren E-Mail-Dienst, der auch tatsächlich bei mir Testsieger im Vergleich auf dem Vlog-Kanal geworden ist und den ich selbst natürlich benutze. Aber deswegen sind sie nicht hier. Tutanota ist in erster Linie natürlich eine deutsche Softwarefirma und für ihre Entwicklung suchen sie selbstverständlich Entwickler. Im Frontend ganz besonders wichtig und immer wichtiger wird TypeScript als objektorientierte Lösung von JavaScript. Ihr findet sowohl zu JavaScript als auch zu TypeScript eine Tutorial-Reihe bereits von mir auf dem Kanal und wenn ihr die beiden könnt, dann möchte Tutanota euch als Entwickler haben. Das heißt, ihr dürft dann das Frontend des verschlüsselten E-Mail-Anbieters, der auch übrigens einen verschlüsselten Kalender und verschlüsselte Kontakte im Angebot hat, entwickeln. Und übrigens, wenn ihr mal dort arbeitet, dann meldet euch bei mir. Dann seid ihr herzlich in den Podcast hier eingeladen. Ich freue mich auf euch. Lasst uns jetzt aber mit den Trends starten. Wir hatten ja schon ganz kurz gehört, um was es geht. JavaScript und manchmal TypeScript. Dass das aber mittlerweile nicht mehr alles ist, was man im Frontend nutzen kann, mag unerwartet sein. Mittlerweile gibt es nämlich noch eine dritte Option obendrauf sozusagen und zwar WebAssembly. Und darauf freue ich mich massiv. WebAssembly ist ähnlich unschön wie Assembler. Nicht ganz so schlimm, aber fast. Aber selbstverständlich gibt es Frameworks, die für euch die Drecksarbeit übernehmen. Und so kann man mittlerweile mit Python, aber auch mit Rust oder einigen Spiele-Engines wirklich hochperformant Dinge im Web laufen lassen. Gaming ohne Download-Zeiten oder Installation? Das hat schon was. Die allermeisten Websites sind allerdings immer noch genau das. Websites. Jetzt gibt es einen großen Trend, der sich schon eine Weile durchgesetzt hat. Nämlich die Entwicklung gar nicht mehr HTML, dann CSS, dann JavaScript zu machen, sondern alles in JavaScript zu entwickeln. Das sind die sogenannten Frameworks. Und die habe ich mal für euch zusammengestellt. Ein Framework nutzt man ja grundsätzlich für schnellere und einfachere Entwicklungen. Damit man den Code besser warten kann und schneller neue Features entwickeln kann. Und man nutzt sie, um leichter für Mobile und Web gleichzeitig zu entwickeln. Dazu kommt bessere Performance, einfaches Debugging und Testing und schnellere Adaption von neuen Trends, dadurch, dass man eben Komponenten leichter austauschen kann. Die drei großen Monster in diesem Bereich kennt ihr vielleicht. Angular ist Nummer 1, welches immer noch recht populär ist. Vue Nummer 2, welches gerade stark am Wachsen ist. Und vor allem aber Nummer 3, React, welches sich fast als Standard für viele herauskristallisiert hat. Wird mittlerweile deutlich mehr benutzt als Angular und deutlich mehr auch noch als Vue. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Sie bieten aber all diese Punkte, haben allerdings ein großes Problem. Sie sind mittlerweile ein bisschen arg fett geworden. Bis man alle Funktionen von Angular kennt, muss man zur eigentlichen Entwicklung noch das Framework dazulernen, welches fast nochmal dieselbe Hürde, wie die Sprache an sich mit sich bringt. Aus diesem Grund setzt sich für kleinere Websites ein anderer Trend gerade durch. Lightweight Frontend Frameworks. Das ist ein sperriger Name für etwas, was eigentlich gar nicht so sperrig sind. Die sind nämlich eigentlich leichter und nicht solche Riesendinge wie Angular oder React. Zwelte ist hier einer der bekanntesten Vertreter. Die Umfrage ist zwar aus dem Jahr 2020, aber tatsächlich ist das letztes Jahr nochmal gestiegen. Zumindest ist so mein Gefühl. Da gibt es noch leider keine Umfrage dafür. Und es macht ja durchaus Sinn, schneller Ergebnisse zu produzieren. Denn sind wir mal ehrlich, nur wenige Projekte haben die Komplexität von einem YouTube. Aber die meisten sind halt doch komplexer als eine einfache Landingpage. Zwelte und die anderen Lightweight Frameworks bedienen sich hier so ein bisschen in der Mitte. Zwelte selbst hat kein virtuelles DOM und kompiliert den Code sogar in reines JavaScript, welches dann am Ende sehr schnell ausgeführt werden kann. Der Vorteil dabei ist natürlich, dein JavaScript muss weniger insgesamt herunterladen. Das heißt, es ist weniger Größe der Website und dementsprechend muss die Website insgesamt weniger herunterladen. Und wenn man bedenkt, dass bei einer Wartezeit von drei Sekunden die meisten schon wieder weg sind, ist das durchaus ein Punkt, den man bedenken sollte. Vor allem für mobile Besucher ist der Faktor riesig. Und so kommt es auch, dass Preact, ein Framework, das sich als 3-Kilobyte-React-Alternative beschrieben hat, immer größere Beliebtheit erfolgt. Aber ein weiterer Punkt ist auch extrem wichtig. Denn wenn man diese mittelgroßen Frameworks oder Lightweight Frontend Frameworks, wie sie ja eigentlich heißen, benutzt, dann muss man auch weniger lernen. Und so sinkt die Hürde für nicht ganz so fortgeschrittene Entwickler, da mal reinzuschnuppern. Eine weitere wichtige, extrem wichtige Alternative eigentlich, die ich hervorheben möchte, ist Ember. Ember ist auch ein Frontend Framework, das nicht mal klein sein möchte, aber trotzdem den Fokus auf Produktivität legt. Ember ist eher weniger bekannt, aber eher vergleichbar mit View oder React als mit Lightweight Frameworks. Also eigentlich eher was Großes. Templates, Data Binding, Routing, JSON, Web Tokens. Alles direkt mit in Ember eigentlich dabei. Warum ich Ember als ersten Geheimtipp hier hervorhebe? Naja, es skaliert wirklich gut und hat von Haus aus Direkt-Support für Logins. Dass das doch nicht normal ist, das wundert mich fast ein bisschen, aber in vielen anderen Anwendungen muss man das alles selber machen. Dazu kommt, dass es, so empfand ich das zumindest, als wirklich leicht lernbar gilt. Vielleicht sogar am leichtesten unter den riesigen Frameworks, also den wirklich komplett großen Frameworks wie React, Vue und Angular. Eine weitere Frage, die ich häufig bekomme, ist, wie sieht das mit Apps aus? Also, was braucht man da? Und die Antwort heutzutage ist tatsächlich, es gibt Native Apps, die man auch als Native App schreiben kann, Kotlin zum Beispiel, aber sie werden immer weniger. Ich fühle mich fast schon so, als könnte man wirklich schon zu WebAssembly eine Grenze ziehen. Nutzt ihr WebAssembly, um das letzte bisschen Leistung aus eurem Browser rauszukitzeln? Oder wollt ihr eher was Normales? Wollt ihr Spiele entwickeln oder eher nicht? Wenn ja, dann braucht ihr auch eine Native App, die ihr zum Beispiel mit Swift für iOS und mit Kotlin für Android entwickeln könnt. Ansonsten wird eine Website entwickelt normalerweise, die dann als Container vielleicht ein bisschen angepasst wird, aber daraus entsteht dann eure App. Hier gibt es einige tolle Frameworks, die wir uns natürlich noch anschauen können. Für Desktop-Apps gibt es eigentlich keine Alternative wirklich, außer Elektron. Das ist übrigens auch das, was Discord nutzt. Discord ist ja eigentlich eine Web-App, aber mit Elektron wird es zur Desktop-App. Ich weiß nicht, ob ihr Discord auf eurem PC vielleicht installiert habt, da habt ihr dann eigentlich ein super Beispiel. Man kann sogar einige Browser-Statistiken, wenn man möchte, angucken. Und genauso sieht es dann eben auch aus mit Visual Studio Code, mit WhatsApp, mit Twitch. Elektron ist einfach überall, aber Elektron ist halt eben nur Desktop, nicht Mobile Apps. Das möchte sich da ganz klar von abgrenzen. Da gibt es aber auch Möglichkeiten. React Native wäre da definitiv als erste zu nennen. Wie der Name schon sagt, ist das Ziel, mit React Richtung Mobile zu gehen. Der Vorteil ist, da React ohnehin schon unter den Web-Frameworks Marktführer ist, ist der Umstieg leichter und kleiner an sich natürlich. Der Witz an der Sache? Tja, kompiliert man seine React Native App, die man mit JavaScript geschrieben hat, kommt nativer App-Code raus. Das macht die App dann wirklich schnell und das Design muss nicht komplett von vorne entwickelt werden. Da React von Facebook bzw. Meta ist, klar, ist auch Facebook oder Instagram als App mit React Native entwickelt. Aber auch hier wieder die App von Discord erwähnt, weil sie einfach echt gut ist. By the way, könnt ihr gerne mal auf dem Discord-Server vorbeikommen und dort ein wenig über Frontend diskutieren. Da fehlen uns noch Leute. Da wir aber über Trends reden, lasst mich hier zwar nicht Ionic selbst hervorheben, aber dafür Capacitor. Ein Cross-Plattform-Framework aus dem Jahr 2019, also recht jung, eben von Ionic, mit dem es wirklich denkbar einfach ist, Apps zu entwickeln. Einfach genial sozusagen. Man kann einfach React, Angular, Svelte, View-App, egal was nehmen und sie zu einer mobilen App konvertieren, wenn man so möchte. Und das dann sogar auch Native, also das ist dann auch wirklich nativer App-Code. Und das ist schon ziemlich gut. Das macht den Umstieg unfassbar einfach und flexibel und ist ziemlich, ziemlich angenehm zum Nutzen. Zuletzt lasst mich noch Cordova erwähnen, wenn wir über mobile Frameworks reden. Cordova nutzt einfach dieselbe Codebase, um auch hier wieder eine Vielzahl an Plattformen auf einmal zu unterstützen. Ebenso wie das zum Beispiel eben Dart und Flutter machen bzw. machen möchte. Abschließend möchte ich aber noch mit einem Geheimtipp für euch. Habt ihr schon mal von Mithril.js oder Mithril.js gehört? Nein? Naja, das ist schade, denn Mithril ist durchaus auch eine Alternative zu React, Angular oder View und durchaus nichts Neues mehr. Ich habe tatsächlich nur von unserem Sponsor Tutanota von Mithril gehört, die nutzen das nämlich auch. Das zu können ist allerdings keine Voraussetzung für eine Bewerbung übrigens, denn Mithril gilt als sehr leicht zu lernen und um hier einige Anwendungen neben Tutanota zu nennen, wie Mio, Nike, Fitbit und Guild Wars 2, was ich übrigens sehr witzig fand, die nutzen Mithril. Guild Wars sogar im Spiel drin. Das ist total geil eigentlich. Komponenten basiert mit Virtual DOM und JavaScript als Verwaltung ist Mithril eigentlich fast wie React. Allerdings ist bei Mithril einfach, naja, direkt dabei alles, also man lädt sich halt alles auf einmal runter, während man bei React immer noch zusätzliche Libraries dazu installiert sozusagen. Ja, und damit kann man dann den Umstieg auch von React wohl sehr leicht machen. So, und jetzt brauche ich euch. Was wollt ihr sehen? Mehr zu React oder Angular, den Frameworks, die wir uns hier ohnehin schon angesehen haben hier auf dem Kanal oder wollt ihr lieber andere Frameworks sehen wie Vue oder Svelte oder Ember oder vielleicht doch eher mehr Mobile oder ganz andere Themen. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Bis bald. Tschau. 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 Tschau.